Berlin. Wir sitzen im Bus. Wir düsen jetzt ein bisschen mit dem Bus durch die Gegend. Übrigens zweistöckig, also wir sitzen jetzt ganz oben. Unser Ausblick, ich finde es ziemlich gruselig, besonders die coolen Scheibenwäscher, die ja leider nicht im Turbo-Gang sind. In welchen denn? Ja, komm. Also hier ist jetzt mal so ein Kirchending, was weiß ich, was das ist. Ja, aber ich meine, der läuft bestimmt im Cinemax auch. Also ein bisschen hier typische, was man so sieht, ne? Hast du gesehen da runter? Da vorne, ja, hab ich gesehen. Hier ist Kirche, der kennt man jetzt nicht so gut. So, man sollte einfach auf das hören, was Mama gerade sagt, das versteht nur keiner. Da ist ein Mercedes-Stern. Da, der dreht sich sogar. Das sieht teuer aus. So. Was sieht teuer aus? Der Stern. Ihr Lieben zu Hause. Fakt. Es lebe der Bus. Wir melden uns dann später nochmal. Ich wärmer mich. Ihren Wesen einmal nach kurz vor. Ich würde mich überlegen.